so meine lieben da sind wir bei dave wieder und heute ist der vip besuch weiß man muss ich mit kuba reden verkauft was hat er denn munitionskiste was kann ich denn noch verkaufen ich habe so viele sagen ja hautstücke verkaufen wir mal ein bisschen mehr bauung geld seesterne ja komm was haben wir denn sonst ist meine schüsselung holz kommt weg damit so jetzt auch schon wieder besser aus kann ich jetzt irgendwie meine aufrüstung luftflaschen geht noch nicht auch anzug hapun wo man ja bergungs drohner also auch so viel okay das heißt wir müssen noch ein bisschen warten na gut na gut na gut kommt ab mit uns ins wasser du warst es also derjenige dem meer geschaltet hat du hast dich sogar übergeben du ich habe sich das war der forscher nicht ja ins wasser gekostet hat warte das war richtig ich das war ich habe keine zeit für deine lahm ausschalten jetzt da du von john watson von seablo den wächter des meers erwischt wurde kommst du nicht so einfach davon ich verarbeite dich zur fischfurt also ruhig das ist alles deine schuld du hast der kostbaren sie angetan moment ich habe jetzt nicht drauf geballert du bist der jene mit bomben und sich wirft und alles was ich tue ist einfach fische zu fangen damit das restaurant läuft warum wirst du nicht ein auge auf die fischereifahrzeuge die für den fang von tausend von fisch verantwortlich sind stand auf einzelnen taucher für mich da weiß man wohl jetzt keine antwort genug gelabert ich sorge dafür dass du dein maul hältst du bist jetzt aber sauer und los geht's john watson ähm ey lass mich in ruhe äh 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 aua ja mit meinem mutter besser äh 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 hau ab ey äh 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 so ist jetzt ruhig äh 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 wie kannst du das fragen dich gegen mich zu werden ich bin john watson ich war bei den navy seals naja Entschuldigung aber du hast mich angegriffen äh 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 das sollte es war nur genügen also halte ich mich erst einmal zurück um die umwelt zu schützen aber ich werde dich nicht ungestraft davon kommen lassen wenn du weiterhin mehr schaden zu wöchsen wir beobachten dich er hat sich einen weg in seinen flucht richtung aufgetan aha sollte man da lange da lange gehen um zum signal zu gelangen ähm ganz ehrlich der typ hat doch zu wenig sauerstoff gehabt erstmal munition holen kann ich auch reintauchen ich kann ich durchtauchen sehr schön ich wollte nur noch mal sorgstoff hier ah dahinten da hinten dahinten Wir müssen ja ein bisschen fürs Restaurant noch wieder sammeln. Oh, ist das für ein schöner Fisch? Wieso komme ich an die nicht dran? Hallo? Ein Langflossen Fledermaus. Böser Fisch. Nein, da wohne ist auch einer. Oh. So. Ich kann die kleinen Auffang. Oh, eine Sitzflasche Sauerstoff. Sehr schön. Ne, Fluchtkapsel brauchen wir noch nicht. Was haben wir denn hier Schönes? So, ja. Oh, sehr wichtig. Sehr wichtig. Okay, Munition bin ich voll. Kalksteinhöhle. Oh. Da muss ich auch passen. Ah, nein, 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 nein. Da ist eine Kiste. Ähm. Was kann ich denn da mitmachen? Ein gepunkteter Wurzel. Ja, irgendwie. Irgendeine Quale jedenfalls. Boah, die kann ich auch richtig schocken hier mit. Oh, guck mal her. Ich weiß zwar nicht, ob ich die brauche. Oh. Hehehe, gefangen. Ich frage mich, wie der in einem Restaurant verarbeitet werden soll. So ein großes Aquarium haben wir doch gar nicht. Naja. Okay, brauche ich noch nicht. Und schon haben wir einen geschockt. Oh, den großen, den will ich haben. Komm, komm. Ey. Jetzt aber hart, denke ich, wieder. Komm zu Papa, komm. Also. Oh, Mann. Also. Okay. Also. Jetzt muss ich noch mal gucken. Wo ist denn hier der Eingang? Ey, Tintwisch, nicht ärgern mich. Ich habe noch mal Bude. Dann komme ich mit der Bude. So, ich sehe hier über ein blaues tiefes Loch. Okay, Lampe habe ich, ja. Was ist das? Ein UV-Licht? Okay. Ah, warte ich. Nehme einen Sauerstoff. So, da kann ich nämlich die Taschenlampe mitnehmen. Interessante Gegend hier unten. Oh, was ist das von der unten für ein schöner Stahl? Spitzhallen. Ich muss auch fassen, weil ich muss auf mein Gewicht achten. Okay, mehr geht nicht. Woher die Taschenlampe jetzt hier? Okay, ich gehe hier mit kleinen Fischen. Was ist das? Eine Muschel? Ach, die gibt mir jetzt auch auch Stoff oder was? Ah, ich habe es entdeckt. Ah, wer bist du denn? Ah, Mann. Was tut denn für einer? Oh. Ah, komm, komm her. Keine Bunni mehr. Aber ich habe hier noch eine Hupule. Was ist das denn für einer, ey? Ach, Licht mache ich so. Ah, so mache ich Licht. Alles gut. So, jetzt muss ich noch wieder nach oben kommen, weil... Wissen, dass... Das ist die hier vielleicht? Ne. Das muss hier irgendwie Sorgstoff finden. Ich glaube, wir tauchen lieber wieder auf, weil... Ich muss das noch mitnehmen. So eine Muschel... Oh, jetzt bin ich voll bis oben. Also das, denke ich mal, werden wir nächstes Mal erkunden. Die Tiefe da unten. Erstmal Sorgstoff, dass wir das halber mitnehmen. Ja, das ist auch noch ein böser Fisch. Ne, ne, ich will nicht zu den bösen Fisch. Ne, ne. Flacon kann ich aber nicht mitnehmen. Ich bin... ...leider voll. Mir kann ich nicht mehr tragen, sonst komme ich nicht mehr nach oben. Au, au. Au, 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 au. Das ist das wie... Oh, au, au, au. Boah. Autsch. Böder Fisch. Böder Fisch. So, erstmal Sorgstoff holen. Ich würde den ja gerne mitnehmen, aber ich kann nicht. Ich habe nichts mehr erkannt. Mini-Urbot und ich bin zu schwer. Und jetzt mal sehen, dass ich hier... Ah, Gott sei Dank, komm, hier. Fluchtkapsel. So, neues Objekt. Okay. Oh, hab ich ja gut. Flasches Langnase. Oh, ja. Umerweckt. Oh, oh. Wer kommt jetzt denn da schon wieder an? Yeah. Du schaust heute so viel oller Energie zu sein. Ich habe einen Benachtigen über eine Bosskarte auf deiner Meereskarte App gesehen. Es ist die Riesen-Kalmar-Bosskarte. Ja, den habe ich... Ja, war ja nicht einfach, den zu töten. Wie hast du die bekommen? Die Karte ist extrem selten. Naja, ich war gerade auf dem Weg, eine Lieferung abzugeben. Und wie ist der Zufall wollte? Okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Aber auf jeden Fall, du erstaunliche Fortschritte gemacht hast. Versuch mal, alle seltenen Bosskarten zu sammeln. Dann passiert bestimmt was richtig Gutes. Ach, und wenn du in den neuen Regionen wachst, zum Beispiel in die Tiefen, dann wird die Meereskarte KI ein neues Kartenpaket freischalten. Vergiss nicht, auch in den neuen Regionen Meereskarten zu sammeln. Tschüss. Tutut. Äh. Neuland. Mal winken. Oh. Ist ja cool. Moment, ich habe hier keine Fangenetze mehr. Ach, diesen Ausverkauf. Ach, nee. Für die Qualität garantiere ich. Keine Sorge. Ja. Weiter in Qualitäten. Na ja. Ja. So, werde ich jetzt wieder bedroht unter Wasser. Was macht er? Nee. Gott sei Dank nicht. Ja, die Tunfisch liegen ja wieder. Oh, nee. Jetzt habe ich einen Samurai. Ich wäre ein altes. Schocker-Pone-Wiener. Perfekt. Kann ich damit auch so einen Igel für Tigerfisch? Okay, wäre das hier auch puzzelt? Nee, ich entscheide. Aber so. Okay. 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 Jetzt gehen wir mal ins tiefe, tiefe, dunkle Loch. Wenn mich den böser Fisch wieder ärgern sollte. Oh, ein Seeteufel. Oh. Oh, nicht da. Nicht schlache Gott. Nein. Oh, jetzt muss ich mal mit. Oh. Oh, ouch. Oh, toll. Äh. Ouch. Oh, jetzt muss ich noch kommen, wenn ich hier runterkomme. Ah. Oh, nicht schon wieder. Oh. Ah. Ich hoffe, ich finde gleich noch Sauerstoff. Oh. Okay. Was ist das denn? Mieso? Okay. Oh, nie gehört. Oh. Oh. Oh, lass mich hier lang. Oh. Oh, jetzt kommt der wieder. Nee. Oh, noch einer. Eigentlich wollte ich mal weiter tiefer kommen. Oh, jetzt ist die Taschenlampe wieder. Okay. Ah. Ah. Ouch. Oh. Oh, man. ich hatte eigentlich gedacht dass dieser fisch eigentlich von dieser lampe vielleicht anscheinend nicht dass diese kleinen hier war schön gemacht dieser effekt finde ich das ist das bombenfalle mit sensor sehr schön und können wir jetzt mal ein bisschen sammeln ach da ist wieder oder ist das für die hier erscheint nicht gut wir gucken mal dass wir hier unten so finden okay bombenfall oder auf vor licht und vor licht sehe ich es gerade nicht so und er zeigt nach unten also müsste ich auf irgendwie weiter nach unten kommen so dass das schwert also die frage ich muss irgendwo noch einen weg nach unten geben lässt du mich mal in ruhe ach jetzt brauche ich die luft lampe jetzt auch nöööw Darf nicht wahr sein. Jetzt brauche ich sie doch. Das ist eine Frage, woher habe ich sie jetzt hingeschmissen? Oh, ab Fisch. Jetzt brauche ich sie doch, diese UV-Lampe, ey. Darf nicht wahr sein, ey. Moment, einmal Sauerstoff nehmen. Jetzt brauchen wir doch diese UV-Lampe, ey. So. Genau, guck mal hier mal rein. Guck mal, einer vom Seevolk. Was? Das Seevolk von vorhin? Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Äh, die sagen etwas, aber ich kann nicht verstehen, was gesagt wird. Ich werde Doppelbaken anrufen müssen. Äh, ja, Handy oder Wasser? Ah, wird wohl nicht funktionieren. Oder? Oh, doch. Meine Güte, wow! Sich vorzustellen, dass das Seevolk existiert, das ist einfach unglaublich. Ähm, sie sagen etwas zu mir, aber ich kann sie nicht verstehen. Hm, wenn wir die Muster analysieren konnten und das vielleicht eine Übersetzung ermöglichen. Ich gehe für das erste zum Boot zurück. Ich werde mir etwas ausdingen, um die Übersetzung zu ermöglichen. Okay. Okay. Okay, Moment. Dann... Muschel. Mal aufmachen. So. Dann nehmen wir die Bomben hier weg. Weil die Lampe brauche ich ja noch, um wieder zurückzukommen. Ich lasse mich ja nicht freiwillig hier durch. Oh, das wird knapp. Bist du denn ein schöner Fisch? Ich will dich haben. Komm her. Komm her. Oh, der ist aber hartnäckig. Ein Fächerfisch. So. Nehmen wir noch die Sehstelle. Komm. Und... Ab in die Fluchtkapsel. Ah, der Doktorchen. Hm, ich bin davon ausgegangen, dass es die Seefolgs-Revision nicht wirklich einmal gab. Aber der Gedanke, dass es Leben des Seefolgs gibt, das ist wirklich der Fund des Jahrhunderts. Das verdanken wir dir, Dave. Oh, Belohnung. Gold, Olivenöl und schwarzer Pfeffer. Ui. Danke. Auftrag abgeschlossen. In die Tiefener. Wir müssen alle Nachrichten gar nicht da wild davon berichten. Warte. Ich glaube, das könnte riskant sein. Äh. Aber warum? So bringen wir die Leute in Scharen hierher. Das wäre egal, wenn es sich um Oroinen handeln würde. Aber das ist die Lebende des Seefolgs. Das würde mit Sicherheit auch Wildere anlocken. Sie werden anfangen, das Seefolg zu jagen. Da man nicht eine Menge Aufmerksamkeit erhält. Ah. Ab in Kiwi damit. Ne, ne, ne. Das ist richtig. Wie wäre es, wenn wir zuerst einen Übersetzer bauen, der ihre Schallwellen analysiert und herausfinden, was sie sagen. Oh ja. Ich glaube, dass sie uns etwas zu sagen haben. Oh ja. Aber zuerst benennen wir eine Steintafel des Seefolgs, auf der sich ihre Schrift befindet. Oh ja. Und wir brauchen ein Mikrofon und einem... Was? Ein Amethystin? Oh ja. Wenn ich richtig liege, sollte sich das Mikrofon unter dem versunkenen Schiff befinden. Und die Steintafel wahrscheinlich im Aufzeichnungsraum. Oh ja. Ich habe gehört, dass man... Wie auch immer. Das heißt, die Tief von 100 Metern darunter mit einer Spitze abbauen kann. Ach. Das habe ich doch abgebaut. Ähm. Äh. Der Aufzugraum, das Schiff und... Haha. Wenn du dir das ordentlich merken kannst, schau einfach in der To-Do-App. Na. Ich aktualisiere die Information dort. Übersetzer für das Seefock. Ja. Na, wissen wir ja schon. So. Ein pazifischer Fächerfisch. Ah. So. Wer ruft jetzt zu Norden? Udo? Wer ist Udo? Kennt jemand von euch Udo? Ich nicht. Warte. Kann ich einen Moment mit der reden? Äh. Eigentlich... Nein. Aber okay. Ja. Verzeihung, du bist. Hihihi. Ich sollte mich natürlich erst mal vorstellen. Ich bin Reporter der zweite Fische der Woche. Mein Name ist Udo. Udo. Oh. Die habe ich schon einmal gelesen. Es geht bei euch oft um seltene Fischearten. Oh. Hast du das? Ja. Ich habe gehört, dass das blaue Loch Heimat diverser Fischarten ist. Stimmt das? Das kann man sagen. Es gibt hier Fischarten aus aller Welt. Oh. Das hatte ich schon geahnt. Also bin ich hier genau richtig. Oh Gott. Der dritt durch. Ganz ruhig, Udo. Ich würde gerne selber Fischfotos für das Magazin machen. Aber... Leider kann ich nicht tauchen. Apropos. Würdest du mir helfen, Fotos aufzunehmen? Oh. Fotos? Ja. Wie ich sehe, hast du eine gute Kamera. Ja. Oh. Die ist von Dr. Bacon. Oh. Aber ich bin kein Profifotograf. Ich weiß nicht, ob die Bilder gut genug sein werden. Hihi. Keine Sorge. Da du bereits die Fische der Woche liest, wirst du wissen, welche Fische du fotografieren solltest. Und ich werde dich natürlich für den Auffall entschädigen, wenn du ein gutes Foto machst. Hehehe. Okay. Wenn du es sagst. Alles klar. Diese schönen Unterwasserwitz zu fotografieren, wird bestimmt Spaß machen. Okay. Ein Foto. Du kannst dann ein Foto. Bilder von Lebewesen machen. Bringe deine Bilder zu Udo, um Belohnung zu erhalten. Okay. Okay. Also den Stand haben wir schon, das Mikrofon muss ich noch finden. Steind haben und Fotos gleich nehmen wir uns. Und der VIP ist auch schon da. Eieieieiei. Okay. Aber das machen wir alles dann in der nächsten Folge. ich muss den pinkel zieht er ja ich laufe ja schon hin und her ich werde hier nicht ins wasser pinkeln also würde ich sagen wir sehen uns demnächst wieder